Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Broken Age. Ich bin schon mal rumgelaufen und hab hier gesucht, wo dieser Zugang zur Schleuse ist. Und der scheint hier drin zu sein. Hab ich irgendwie übersehen bisher. Ich glaub, weil wir mit dem Teleporter da oben hier angekommen sind oder sowas. Zumindest kommt es mir nicht bekannt vor. Warnung Luftschleuse. So geil. Aha. Oh, wie süß. Die sind alle hier so niedlich. Dann gehen wir mal hier lang und nach draußen einfach, oder? Wow, das ist ja mal praktisch. So braucht man gar keine hydraulischen Platten oder so, die einen nach oben fahren. Yay. Wir haben ja einiges dabei. Müssen wir mal gucken, ob wir damit irgendwas reißen können. Okay, also wir können... Okay, hier drüben. Also rein wollen wir auf keinen Fall. Entweder nach oben. Ich würde uns ja einfach abschneiden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll. Dass wir es einfach abschneiden. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Hier ist wieder die Pflanze. Mal gucken, ob da was drin ist. Ui. Scheint aber leer zu sein. Ach, okay. Hm, ich verstehe. Das passiert jetzt jedes Mal. Okay. Hm, alles klar. Gut, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Wir haben einen Mini-Anzug. Hm, ich würde fast, ich werde einfach ausprobieren. Also wir haben einen Lufttank. Okay, vielleicht geht das ja schon. Oh, oh, das ist auch extra zum Auswählen. Äh. Yay. Na supi dupi. Das ist doch gut. Oh, nein. Ich muss weiter raus. Komm her, Legs. Ach. Nein. Ah, einen Antrieb. Okay. Okay, kein Problem. Da können wir doch bestimmt, ähm, den Sahnewerfschmeißer benutzen. Ah, hätte ich mir auch denken können, dass wir nicht einfach so, nicht einfach so abheben sollten. Kein Problem. Okay, ich überspringe das mal. Ah, jetzt haben wir den auch schon dran. Okay, Sekunde. Das an den Anzug ran. Das ist ja mal cool. So, dann, dann geht's doch jetzt, oder? Ja. Nein. Ah, supi. Ha, ha, ha. Okay. Now what? Ha, ha, ja. Das wollte ich auch eben sagen. Ja, und nun? Ähm. Ich weiß es nicht. Wo müssen wir denn hin? Äh. Oder wollen wir da hoch? Über diese Spitze drüber? Wahrscheinlich. Oh, mein Gott. Was haben wir hier denn alles? Oh, hoi. Meine Güte. Was ist das? Da. Greifarm. Da ist das Greifarm-Zeug. Rüber da. Das machst du sehr gut. Supi. Äh. Cool. Hm. Okay. Tja. Ähm. Ah, okay. Ah, wir haben ja ein paar Dinge dabei. Wir könnten es vielleicht wieder mit dem Messer probieren. Oh, hey. Oh, hey. Oh, oh. No, not the face. Or the neck. Or the body. I'm free. Free to cleave the infinite void of space itself. Phew. That's a relief for a lot of reasons. Ganz gefährlich ist das Messer. Ganz gefährlich. Oh. Oh, aber vielleicht mit dem hier. Gut, dass wir den eingesammelt haben. Süß. Voll super. Das ist so niedlich. Oh, ja. Er ist sehr glücklich dabei. Ja, dann können wir jetzt wohl zurückfliegen. Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Ah, da. Ever. Bye, bye. Ich fliege jetzt zurück. Ich glaube, ich gebe zu viel Gas. Oh, das ist auch die falsche Richtung. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo lang. Wee, wee. Das macht Spaß. Ich wollte noch ausprobieren, ob man da auch langkommt. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Ne, da ist ja auch gar nichts zum Klicken, glaube ich, ne? So. Ne, ich dachte, vielleicht kommt man da rein, aber anscheinend nicht. So. Na, machen wir uns jetzt auf den Rückweg. So. Das haben wir doch super gemacht. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Jetzt können wir zu Marek, ne? Oder Marek. Zurück zum Marek. Aber ich finde, vorher sollten wir vielleicht nochmal zu Vela, bevor wir erfahren, was auch immer hier vor sich hat, die ganze Sache und der Wolf und so. Gucken wir doch nochmal bei ihr vorbei. So, genau. Was hatten wir noch nicht geklärt? Was? Geklärt haben wir noch nicht. Sekunde, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Geklärt haben wir noch nicht. Den Eiertypen. Der auf dem Ast hängt, zwischen dem... Okay, ganz ruhig. Ich versuche mich jetzt zu erklären. Der Typ, der da hängt und der uns den Weg versperrt, um zum echten Ei von Jesse zu kommen. Genau. Das müssen wir klären. Da gucken wir jetzt nochmal. Was es damit auf sich hat. Und wir gucken nochmal die anderen Äste ab. Eigentlich könnten wir auch einmal gucken, was in diesen Löchern hier ist. Durch welches waren wir denn gefallen? Durch das da hinten links, ne? Ja, da war ja die Frucht runtergefallen. Ich gehe erstmal hier lang. Hui! Mal gucken, ob hier nicht irgendwo... Oh, Mann. Da müssten wir mal gucken. Ob wir... Keine Ahnung. Findet er das vielleicht eklig? Oh, verflixt. Okay, das hat leider nicht funktioniert. Ich probiere mal nochmal, ob wir uns durch so ein Loch fallen lassen können. Vielleicht, wenn wir das... Ja, ich weiß nicht. Das Rechteste vielleicht? Könnte das ungefähr über ihm sein? Bin halt am Überlegen, ob wir irgendwie auf ihn draufklatschen könnten. Bin mir nicht sicher. Probieren wir mal. Ähm, 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 ähm. Ah, Sekunden. Ja, mhm. Passt nicht ganz so gut, glaube ich. Mal gucken. Hui! Das ist ganz knapp an dem Ei vorbei. Okay. Ich klicke das mal weg. Und was wäre hier? Okay, ist ja nicht schlimm. Aber wir kommen jetzt an das Ei heran. Das ist ja super. Oh, er hat uns beide gerettet. At the arcade? Der sollte mal aufhören hier. Der sollte mal ein bisschen ernsthafter werden. Ach nee, wir müssen ja runter. Bin ich aber gespannt, was dann passiert. Ähm, hier lang, genau. Dann wäre jetzt noch das dritte Ei. Haben. Ach nee, wir müssen das ja erst mal Jessie zurückgeben. Tada! Vielen Dank! Upsa. Da müssen wir noch ein bisschen weiter. Und jetzt geht's hoch. Das ist so süß. Sie macht sogar Geräusche. So, da wird sich Jessie aber freuen, dass sie ihr Ei zurückkriegt. Haben uns voll viel Mühe gemacht, um das zu besorgen. So. Oh, da hinten. Ein Vogel fliegt vorbei. Wie ungewöhnlich hier oben. So. Hier bitte sehr. Die Frucht haben wir noch. Oho. Wozu die wohl gut ist? Oho. 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 So süß. Yay! Ach ja, und die Leiter haben wir auch noch im Inventar. Super. So, wo müssen wir jetzt schlagen? Da lang, ne? Ich glaube, ja. Da waren die Behältnisse für die Eier. Ja. Na dann mal los. Mal gucken, was passiert. Hey, dem geht's ja wieder gut. Hm. Hang on. Before you get on that ladder, I need to think about this cloud's weight limits. Hm. No million pounds per square inch. No million pounds per square inch. Passiert jetzt noch was? Muss ich irgendwas machen? Oho. Oho. Huh. Hey, Father. Fathur. Fathur. I don't suppose there's a big ladder like this that goes down. Last time I checked, most ladders go both directions. I'll let you get back to work. May the wind be under your feet. Vielleicht müssen wir oben nochmal gucken. Ach so. Oho. Don't move. Oho. Hahaha. Sorry. Hehe. Sehr schön. Oh. Oho. Was geschieht gleich? Oho. Oho. Wer ist das denn? Der ist ja cool. Oh, wehgetan. Das ist ja geil hier. Das ist ja ein lustiger Ort. Das war so klar. Nein, kaputt gemacht. Oh je, das ist kein guter Schnitt. Gucken wir mal. Wir sagen mal Hallo. Der Typ sieht ja nett aus. Habt keine Angst. Wir sind nur eine Maid, die geflohen ist und dann in den Wolken landete. Hä? Hä? Ein Baum? Hä? How can I cut down trees when they're screaming at me? Maybe you shouldn't cut down trees then. But I'm a woodworker. If I can't cut down trees, where will I get my wood? What are they screaming at you? All kinds of really personal insults. Like, really over-the-line type stuff. It's been rough. But the worst part is not having any wood to build stuff with. So you're a woodworker. Could you make me something? Like what? A weapon to kill Machadra? That dude is a bummer. But I don't think I could make something that powerful. How about... A nice three-legged stool? Hmm. Hmm. I haven't done a stool in so long. Der Typ hat echt geklatscht. Okay, make me a stool. I'd love to. If only I had some wood. Hmm. Listen, about that big mess upstairs. Oh, did another tree? Fall on my roof? Hmm. Ja, genau. Yeah, that's it. A tree fell on your roof. That's cool. I needed a little fresh air in here anyway. Been kind of cooped up for too long, you know? Na, dann ist ja gut. Will you help me kill Machadra? Sorry. Conscientious objector. But I'm not using my axe. You're welcome to it. Ooh. Think I could kill Machadra with that? Oh. Well, no. I really don't think anything could kill Machadra. Catch you later, Curtis. Beware the trees. Cool. Oh, ich liebe neue Orte. Oh, was ist das da? I feel like I should get to know that guy before I steal his art. Nee, du solltest das doch nur angucken. Someone's ripped the trees out of this painting. Oh, Schatz. Sie haben mich angestarrt. Wie geil. Hey, here's some wood. That wood is playing a vital security function where it is. Oh, schade. Aber wir haben gleich eine Axt, wenn wir die einsammeln. Holst, der Teufel. Holst, der Teufel. Wo ist denn die Axt? Ach, da. Und die dürfen wir haben. Cool. Könnten wir das nicht einfach kaputt machen? Ich weiß, ich bin böse. Hey, I'm going to pull this wood down with this axe, okay? No, I need that there to keep the trees out. You don't understand. Verrückt. Okay. Hm, ich glaube, der Rest ergibt nicht so viel Sinn, oder? Vielleicht freut er sich über die Frucht. Oh mein Gott, er nimmt sie wirklich. Äh. Okay. Hey, Vela. Ähm. Hey, about this art. Yeah. What is it? Well, you know. It's abstract. It's kind of a tone poem, really. Uh-huh. I find it does some interesting things with the space between viewer and image. Okay. Okay, abstracte Kunstheit. Can I have it? No way, man. That thing's vintage. Vintage? Where'd you get it? I bought it from this slightly shady girl from Shellmound. Said she was selling it to get money to move out of town. Aren't you bothered by its elitist themes? I probably would be if I had such a superficial understanding of the work. How do you know it's hanging right side up? Because the dude's little feet go on the bottom, duh. I like how it matches your decor. Decor? I don't have a decor. The purpose of art is not decor, man. Why do you have it up then? I only had it up there ironically. But I was actually getting sick of it. If you like it, just take it. Really? Okay. Super. So you're a woodworker. Could you make me something? Like what? Hmm. A weapon to kill Machadra? That dude is a bummer. But I don't think I could make something that powerful. How about... Ach, der dreibeinige Stuhl schon wieder. Hmm. Ja, okay. Bis später. Das sind aber noch eigentlich ein paar Sachen, mit denen man über ihn... äh, mit denen man mit ihm reden kann. Cool. I like that kind of stuff, when I was your age too. Yeah, yeah. Der ist echt geil. Hm, jetzt haben wir also dieses... What's this supposed to be? A little man with a bad haircut? I guess at first glance one might see it that way. Ich will nochmal mit ihm reden. Hey, Bella. Ich hab ein bisschen Angst, ich verpasse was. So you're a woodworker. Could you make me something? Like what? Weil hier ist ja auch noch... Three more wishes. How about... Ah, verflux. Okay, ich glaube nicht. Catch you later, Curtis. Beware the trees. Er will immer... Ich will da oben nochmal kurz gucken. Ich mach mal Doppelklick. Kommen wir vielleicht... Ah, wir kommen wieder hoch. Wie niedlich. Das Haus ist ja voll süß. Aha, wir kommen also wieder hier nach oben. Boah, wir haben für voll Zerstörung hier gesorgt. Meine Güte. Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Anscheinend nicht. Mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier? Hm, könnte sich das hier als nützlich erweisen? Okay, dann... Ich denke, wir sollten erstmal doch dann unten gucken. Weil da sind ja noch Sachen. Da ist ja noch ein Weg da rechts. Das ist echt hübsch, das Häuschen. In so einem würde ich auch wohnen wollen. Aber vielleicht nicht ganz so abgelegen. So im Wald. Als Holzfällerin. Oh, das ist hier. Ein territoriale Schlange? Was soll das sein? Nein. Oder war es West? Nein. Nee. Alles das Gleiche. Ah. Ah, cool. Oh, wow. Voll schön. Ist alles zu. Da hinten ist ein Brunnen. Aber da kann ich auch gar nicht klicken. Nichts drin. Ich kriege voll gerne Post. Ich freue mich tierisch über Post. Post ist das Beste. Okay. Welchen von euch Trennen hat Kurtis bugger? Hm. Sie sind nicht zu chatty für mich. Okay. Wir sollten osten. Es wäre also eigentlich hier. Aber das ist wahrscheinlich der falsche Weg. Weil er sich ja vertan hat. Oh! Der Baum redet wirklich. Aber er kann nicht reden. Er hat was im Mund. Kann ich ihm nicht hier den Ast abmachen? Nicht komplett. Ah! Wir wollen niemanden umbringen. Oh! Oh! Ja, ein 300-jähriger Spruce. Mining her own branches. Dann HE comes along. And the next time I see her, she's a... Oh, God, if I say it, I think I might be sick. Say it. What did Curtis do to the old Spruce? He... He butchered her. Turned her into a... A stool. Oh, God. I think I just threw up at my mouth a little bit. Blech. Why are you so upset? I just can't stand by in silence while you murderous humans mutilate my brethren. It makes me sick. Are you magic? Can you help me kill Mom Chatra? Is that all you humans think about? Killing? You all make me want to puke. You got a little something in the corner of your mouth. Oh, that's just a little sap. I'm not ashamed. It's thick and natural and I'm full of it. Yeah, you are. Hey, can I have some of your sap? You're just like the rest of them. Want to bleed us dry, steal all our thick, luscious and incredibly useful fluids. You humans make me want to throw up. But I won't do it. Because I refuse to give you the pleasure of my sap. Oh, sorry. I've never seen a talking tree before. Well, I've seen plenty of axe-wielding murderous humans. So get lost. I'll let you get back to your screaming. Yeah, please leave before I vomit, you foul, rootless stump. Oh, voll gemein. Hm. I'll let you get back to your screaming. Yeah, please leave before I vomit, you f... Hm, vielleicht... Ah, nee. I don't think Curtis will miss this. Much. I've got some art that might make you sick. Is it made of wood? Actually, I've never seen this material before. Then I doubt it would make me as sick as the horrors made by your lumberjack friend. Hm. Und wie findest du das hier? He also makes nice things that aren't wood. Crystals have feelings too. Was haben wir hier noch? Have you ever seen cloud shoes? They're bent twigs, wrapped in feathers. Well, the twigs might have fallen off naturally. So that's not gonna make me sick. But I can't speak for the birds. Hm, wir brauchen wirklich was Holziges, hm? I've got a ladder in my pocket. But that will make you barf for sure. Is it from Mariloft? They only use naturally fallen branches, collected by their birds. See? It's possible to live in harmony with nature, you barbarian. Dang. Verflix, wir haben nichts dabei momentan. Na gut, meine Lieben, wir müssen erstmal aufhören für diese Folge. Ja, dann würde ich sagen, ich bin gespannt, was uns hier noch so erwartet hier. Oh mein Gott, da ist ja sowas wie ein Schloss. Oh Gott. Also, wir haben hier noch einiges zu entdecken, würde ich sagen. Und wir müssen irgendwie hinbekommen, dass dieser Baum kotzt. Okay. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Broken Age wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.